Vom Ton Eine kleine Sekunde abwärts, gleich vom Grundton die Tonleiter von Acht nach sieben Dann einen Dreiklang abwärts, wie zum Beispiel bei Und dann wollen wir noch einmal Dann die Ansingformel und so weiter Des Dur Acht nach sieben Und dann wollen wir noch einmal Des F As F Des As Des Des F As Des Von der Stimmgabel wird der Ton A, 440 Hertz abgenommen. Von diesem Ton wird über ein Intervall der Grundton der entsprechenden Tonart gesucht. Danach wird von diesem Grundton aus leise eine Ansingformel gesungen. Dann lassen sich die Anfangstöne für die einzelnen Stimmen leicht finden. Das ist eine Ansingformel. Vielen Dank.